Teresa Jeder erwachsene Zauberer problemlos hätte erkennen können. Nach dieser Enthüllung hatte sich Teresa noch schlechter gefühlt und sie wollte niemanden mehr sehen. Die Stunden in Azkaban hatten ihr viel Kraft geraubt und es war, als hätte man einen wichtigen Teil von ihr weggenommen. Aber die schlimmsten Verletzungen hat ihr ihre ehemalige Stiefmutter zugefügt. Nicht mit ihren Lügen, sondern mit der Wahrheit. Sie hatte ihr den Vater aus ihrer Vorstellung genommen, die Erinnerung war sowieso schon von Phileos angekratzt und durch einen noch schlechteren Menschen ersetzt. Sie hatte Teresa zu einem Menschen gemacht, der nicht vollständig war und etwas besaß, was ihm nicht gehörte. Alle Spiegel in ihrem Zimmer hatte sie zerschlagen, die Rollläden waren heruntergezogen und meist hielt sie die Augen geschlossen. Ein paar Mal war Großmutter Catherine bei ihr gewesen, hatte versucht, Teresa aufzumuntern und zu trösten, hatte ihr von Tarsuins Eltern erzählt und wie gut es ihm ging, doch es hat ihr nicht geholfen. Teresa hatte nur gefragt, ob sich jemand darum kümmerte, dass Tarsuin sein Augenlicht zurückbekam. Die Antwort war Nein gewesen. Daraufhin hatte Teresa einen Schreianfall bekommen, wobei sie jetzt nicht mehr wusste, was sie gesagt hatte. Warum begriff niemand, dass es ihr erst gut gehen würde, wenn der Fehler ihres Vaters korrigiert war? Dann würde sie ihm auch vergeben können. Die Tür öffnete sich, wahrscheinlich das Mittagessen. Teresa hatte keine Lust auf ein weiteres verständnisvolles Gespräch und zog die Decke über den Kopf. Hallo, Teresa, ließ die fröhliche Stimme Tarsuin sie zusammenzucken. Schönes Wetter draußen, Samuel will mit uns baden gehen, kommst du mit? Wenn sie so tat, als würde sie schlafen, würde er sicher weggehen. Na, nicht wichtig, so schön ist das Wetter auch nicht, fuhr er fort und kam langsam näher. Teresa konnte nichts von Tiki hören, was bedeutete, er musste sich blind durch ihr unaufgeräumtes Zimmer tasten. Seine Hand berührte die Decke genau auf ihrem Hintern, wandte das Bein hinunter und dann fühlte Teresa, wie er sich auf das Bett setzte und ihre Füße ein wenig aus dem Weg schob. Ansonsten tat er nichts. Die Zeit kroch Quellen langsam dahin und unter ihrer Decke wurde es immer wärmer. Ein warmer Sommertag und zugedeckt sein passte einfach nicht zusammen. Ein wenig verschwitzt schob sie leise die Decke von ihrem Kopf und schaute zu dem Jungen. Er lag auf dem Rücken mit dem Oberkörper quer über ihrem Bett, die Beine hingen herunter auf dem Fußboden und er schien an die Decke zu starren. Sie drehte sich zur Seite und versuchte ihn wieder zu ignorieren, doch das war nicht leicht. Der altertümliche Wecker auf dem Nachttisch zeigte an, dass schon über zwei Stunden ohne ein Wort vergangen waren und es fiel Teresa immer schwerer, den Mund zu halten. Sie hatte so viele Fragen an ihn und dass er jetzt sie nicht in Ruhe ließ, machte sie ein wenig zornig. Seit wann wusstest du es, drangen die Worte aus ihr hervor, als hätten sie ein eigenes Leben. Seine einzige Reaktion war zunächst nur, dass er die Augen schloss. Seit Dumbledore uns erklärte, was der Rubin wirklich ist, sagte er nach einigen Sekunden leise. Sie versuchte sich an den genauen Wortlaut des Gesprächs zu erinnern, versagte aber. Damals schon? Jep. Völlig unangebracht lächelte er bei der Erinnerung. Und du hast es Winona erzählt, aber mir nicht. Winona hat es selbst herausgefunden. Sie wollte es dir erzählen, aber ich war dagegen. Sie hätte es mir trotzdem sagen sollen. Sie musste mir versprechen, die Klappe zu halten. Dann hättest du es mir sagen müssen. Nein. Es geht mich genauso an wie dich selbst. Wenn du damit erwachsen umgehen könntest, würde ich dir zustimmen, lächelte er noch immer. Du hattest kein Recht, für uns beide zu bestimmen. Mag sein. Du aber auch nicht. Doch. Ich kann allein entscheiden, weil ich dich nicht schädige, sondern dir alles zurückgebe, was sowieso dir gehört. Toller Satz, meinte Tarsuin ironisch. Aber falsch. Da ist nichts falsch. Das ist einfachste Logik. Du bekommst, was dir gehört. Ich will es nicht. Der Verlust wäre zu groß. Hör auf, so zu reden und hör auf, an mich zu denken. Denk doch einmal nur, was es für dich bedeuten würde. Du könntest sehen. Deine Schwester. Hogwarts. Den Ozean. Einen Sonnenuntergang. Eine blinde Theresa. Denk nur an dich, schrie Theresa frustriert. Das tue ich, erwiderte er leise. Das kannst du mir ruhig glauben. Das verschlug Theresa erst mal die Sprache. Aber du wünschtest dir doch, stammelte sie. Nicht zu jedem Preis, erklärte Tarsuin. Du sollst nicht an mich denken, forderte sie verzweifelt. Das tue ich nicht. Ich habe die ganze Zeit daran gedacht, wie es wäre, sehen zu können, was ich verlieren würde. Und wie schlimm es wäre, dich zu sehen. Theresa wollte ihn wieder anschreien. Halt die Klappe, fuhr er sie überraschend an. Jetzt rede ich. Du denkst nur daran, dich wieder gut und rein zu fühlen. Aber so läuft das nicht. Begreif doch, ich liebe dich wie... Wie eine Schwester. Wenn ich daran denke, sehen zu können, dann macht es mich traurig, dass du dann blind bist. Ich könnte nicht glücklich sein. Und im Gegensatz zu mir wärst du wirklich blind. Ich habe Tiki, mit der ich sprechen kann. Ich habe einen sechsten Sinn für Magie und Leben. Ich kann magische Bücher hören und normale Schriften mit den Fingern lesen. Ich habe einen Besen für Blinde. Und ich habe von dem großen Einhorn ein Geschenk bekommen, das ich nicht mal in Worte fassen kann. Ich bin nicht blind. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man einen Blindenstock benutzt. Mit einem Blindenhund könnte ich nicht umgehen. Aber ich kann durch eine fremde Stadt gehen und werde mit niemandem zusammenstoßen. Und ich vermisse es nicht zu sehen, weil ich es nicht kenne. Du hast gesagt, ich würde nur gewinnen und auch das ist falsch. All meine Sinne würden ihre Schärfe verlieren und eine meiner besten Freundinnen würde blind durch die Welt wandeln. Weißt du, was ich mir immer gewünscht habe zu sehen? Dich beim Quidditch und wie ich ein Tor gegen dich werfe. Außerdem würde ich die Großeltern verlieren, die sich eben mir erst geschenkt haben. Sieh es mal aus meinem Blickwinkel. Wenn wir unsere Augen zurücktauschen, verlierst du sehr viel und ich mehr, als ich gewinne. Zusammen ist das für uns beide ein Scheißdeal. So, wie es momentan ist, ist es am besten. Nur, dass ich meine Teresa wiederhaben möchte, die mit uns Wasserbomben auf Jogger wirft, die mit zur Quidditch-WM kommt und mit der ich des Nachts durch die große Halle fliegen kann. In Teresas Nase kribbelten die aufsteigenden Tränen. Ich könnte es lernen, so wie du, flüsterte sie. Es reicht doch, wenn ich es kann, meinte er und lächelte endlich wieder. Aber vielleicht bringe ich es dir bei, doch im Moment habe ich überhaupt keine Zeit dafür. Teresa konnte sich ein Warum? nicht verkneifen. Sie wusste, er hat es darauf angelegt, aber wie sollte man anders reagieren? Weil meine Ferien die brutale Folter sind, erklärte er und sah dabei so glücklich aus, dass man seine Worte nicht ernst nehmen konnte. Wenn ich nächstes Schuljahr mit euch in dieselbe Klasse will, dann muss ich jetzt alles nachholen. Professor Lupin, ähm, Professor ist er eigentlich nicht mehr, gibt mir jeden Vormittag Unterricht und ich bezahle ihn mit Essen und Wolfsbanddrang, so gut ich kann. Wie geht es denn dem Professor? Und er brach sie neugierig. Nicht wirklich gut. Es gibt ein neues Anti-Werwolf-Gesetz. Offiziell, um die Verbreitung des Werwolf-Fluches einzudämmen, weil diese armen Kreaturen selbst nicht verantwortungsbewusst genug sind, in der Allgemeinheit eine gefährliche Verharmlosung der Gefahren zu bemerken ist. Im Grunde ist es aber nichts weiter als eine Verdrängung sämtlicher Wehrwölfe aus dem Leben und ihren Berufen. Statt einfach jedem Wehrwolf kostenlos den Trank anzubieten, gibt es jetzt Vorschriften über die korrekte Beschaffenheit des Sicherheitskerkers, der nicht nur in dem Piratbereich liegen muss, sondern auch an der Arbeitsstelle. Außerdem muss jetzt jeder Wehrwolf bei seiner Einstellung angeben, dass er ein Wehrwolf ist und er darf jederzeit einfach so gekündigt werden. Des Weiteren machen sie den Arbeitgeber für jede Verfehlung ihres angestellten Wehrwolfs verantwortlich, auch wenn er gar kein Wolf ist, wenn er Mist baut. Und von solchen sinnlosen und diskriminierenden Schutzmaßnahmen gibt es noch einige mehr. Im Endeffekt ist es nichts anderes als ein Berufsverbot, denn wer kann es sich schon leisten, für die Taten eines Wehrwolfs verantwortlich gemacht zu werden. Naja, wenn Rika es sich leisten könnte, würde sie Lupin sich ja auf ewig anstellen. Warum tut sie es nicht? fragte Theresa. Weil wir pleite sind und Schulden haben, meinte Tarsuin fröhlich. Wir haben unser ganzes Geld und einiges Geborgtes von deinen Großeltern für die Freiheit von Dur und Neferra ausgegeben. Meine nächsten Schulbücher werden gebraucht und vom Ministerium bezahlt sein. So langsam merkte Theresa, wie viel sie die letzten Wochen über verpasst hatte und wie sehr sie sich nach Informationen sehnte. Sind Dur und Neferra deine Eltern? erkundigte sie sich. Anscheinend, erwiderte er ein wenig reserviert. Warum nennst du sie dann nicht Mom und Dad? Wir lernen uns grad erst kennen. Und? Wie läuft es damit? drängte sie sich. Nicht so schlecht, gab er widerstrebend zu und musste dann doch wieder grinsen. Sie scheinen ganz okay und, naja, um ehrlich zu sein, hat es mir geholfen zu merken, dass sie ganz und gar nicht perfekt sind. Interessiert richtete sich Theresa noch ein Stück auf, um das Gesicht des Jungen genauer sehen zu können. Im Grunde durchlebte er gerade ihren Wunschtraum und seine Gefühle schienen sehr zwiegespältig dabei zu sein. Weißt du, dass ich eigentlich beinahe und doch nicht McAllister mit Nachnamen heißen müsste? Nein, startete Theresa ihn ein wenig verblüfft an. Ja, das hat auch das Geheimnis mit den Mehrmenschen gelöst, sagte er augenzwinkernd. Dua, Nefaira und Rika hießen vor meiner Geburt McAllister und, nett gesagt, sie waren alle drei Trickbetrüger. Obwohl man Rika sicher unterstellen kann, dass sie nicht wusste, was sie tat. Zumindest haben sie damals leider auch irgendwann den Falschen übers Ohr gehauen. Einen heimlichen Todesser, der inzwischen aber tot ist und mussten fliehen. Sie waren so schlau auszuwundern, aber ein magischer Sturm hat an ihr Schiff versenkt. Dann, wahrscheinlich will Gott nicht, dass kleine Kinder und schwangere Frauen sterben, wurden sie von Meermenschen gerettet. Seine Augen begannen zu strahlen. Ich wurde dort geboren, Theresa. Unten, irgendwo im Meer. Meine Paten waren ein Meermenschen-Ehepaar, das zu fast der gleichen Zeit auch ein Kind bekommen hat. Wir haben da fast zwei Jahre gelebt und laut Nefaira bin ich mit Begeisterung geschwommen und getaucht, noch bevor ich laufen konnte. Sie haben mich kaum aus dem Wasser bekommen und offensichtlich habe ich geglaubt, ich wäre selbst ein Meermensch. Doch als sie erfuhren, dass der ganze Mist mit den Todessern erledigt war, wollten Du und Nefaira wieder an Land, aber nicht zurück nach England. Sie wollten ein neues Leben anfangen und sie wollten Rika und mir einen unbelasteten Namen geben. Die Meermenschen hatten mich McNamara genannt und weil es so gut passte, nahm auch sie den Namen an. Wäre alles anders gelaufen, würde ich also McAllister heißen. Das ist eine tolle Geschichte, gab Theresa ehrlich beeindruckt zu. Finde ich auch, bestätigte er stolz. Blöd ist nur, dass uns das jetzt daran hindert, dem Tagespropheten die Geschichte mit den Dementoren zu stecken. Das Ministerium weiß, wer Du und Nefaira wirklich sind und man hat ihnen nur in Anerkenntnis der speziellen Leidensgeschichte eine Amnestie auf Bewährung gegeben. Des Weiteren dürfen sie nicht die Erziehung eines Kindes übernehmen, solange sie nicht ihre Fähigkeit zu einem ehrbaren Leben bewiesen haben und müssen versuchen, alle durch die Betrügereien angerichteten Schäden wieder gut zu machen. Der Zaubereiminister persönlich hat Samuel gesagt, dass sie sich gezwungen säen, diese Bewährung auszusetzen, wenn ich meine Fantasie nicht in den Griff bekomme. Außerdem müsse man sich ernsthaft fragen, ob meine Scripps-Schwester geeignet genug wäre, um mit einem so instabilen Zauberer wie mir klarzukommen. Das ist eine fiese Erpressung, beschwerte sich Theresa empört. Natürlich ist es das, aber was sollen wir tun? Weißt Du, gestand er leise, Das mit Du und Nefaira hat mir am Anfang richtig Angst gemacht, aber inzwischen bin ich gern bei ihnen zu Besuch. Erst jetzt ist mir eigentlich klar, warum du so gehofft hast, dass S.K. Ich wünschte, es wäre wirklich... Es sollte wohl nicht so sein, murmelte Theresa traurig und musste schwer schlucken. Was hältst du davon? meinte Tarsim plötzlich energisch. Jetzt, wo sich deine Großeltern zu meinen gemacht haben, vielleicht könnte meine L. Du und Nefaira auch für dich da sein. Meine Großeltern haben was? meinte... fragte Theresa erstaunt. Naja, eigentlich hat nur Samuel, meinte Tarsim beiläufig. Er meinte gestern Abend plötzlich, dass ich ja zu seinem gewissen Prozentsatz zur Familie gehöre und er mich deshalb adoptiert. Ob er wusste, was er Theresa damit antat, indem er wieder auf seine Augen anspielte, seine Gesicht zumindest zeigte kein Schuldbewusstsein, sondern war ungewöhnlich weich und offen. Ein Ausdruck, den er kein einziges Mal gezeigt hatte, als er von seinen Eltern erzählt hatte. Was meint Tiki zu deinen Eltern? lenkte Theresa das Gespräch weg von den schmerzlichen Gedanken. Och, jo, sie ist eifersüchtig, ne? gestand Tarsuin. Aber im Grunde hat sie nichts gesagt. Sie... Ich schätze, sie hatte Angst, mich zu verlieren, obwohl die Gefahr niemals bestand. Jetzt war sein Gesicht wieder hart und Theresa fragte sich plötzlich, ob es sein konnte, dass Tiki für Tarsuin eine höhere Priorität hatte als jeder Mensch. Mit Ausnahme von Rika vielleicht. Sie wusste nicht, ob es ihr gefiel, unter einem Tier zu rangieren, aber vielleicht war das mit der besonderen Abhängigkeit des Jungen zu erklären. Wahrscheinlich würde es ihr an seiner Stelle... Du hast bisher nicht gefragt, wie meine Eltern uns in Indien in Schwierigkeiten gebracht haben, unterbracht Tarsuin ihre Gedanken. Ich dachte, du erzählst mir eh nur, was ich wissen muss, ätzte Theresa ein wenig, aber eigentlich hatte sie nur nicht daran denken wollen. Hey, das ist der Teil, bei dem ich ehrlich stolz auf Dua und Nefaira bin. Denn musst du dir einfach anhören, weil Dumbledore gesagt hat, dass es anscheinend stimmt. Dua und Nefaira haben wirklich ein Geheimnis der indischen Zauberei-Regierung verraten. Und zwar eine Zauberformel, die dafür sorgte, dass etwa 50% aller Muggel keine Kinder mehr bekommen können. Anscheinend waren einige Zauberer dort der Ansicht, dass zu viele Muggel relativ zum Land und der Anzahl der Zauberer heranwuchsen. Dua und Nefaira haben die Spruchformen geklaut und an Zauberer und Hexen gegeben, die eine Gegenformel entwickelt haben. Dadurch schlug der Plan fehl und man wollte sich an beiden rächen. An die Flucht kann sich Rika sogar vage erinnern. Sie wollten außer Landes flüchten, aber durch uns Kinder konnten sie nicht einfach disapparieren und so wurden wir weggeschnappt und mit den dir bekannten Folgen versehen. Was haben sie mit deinen Eltern angestellt? Ich meine, du weißt schon. Oh, Tarsuin schien die Frage nicht sonderlich zu stören. Dua haben sie nichts direkt angetan, aber damit hat er eigentlich Pech gehabt. Sie haben ihn in einer Mine arbeiten lassen. Seine Lunge ist ziemlich verätzt, sein Gehirn ist durch giftige Dämpfe geschädigt und seine Knochen sind so alt, wie von jemand, der doppelt so alt ist. Er hat manchmal heftige Zuckungen und verliert dabei die Kontrolle über seine linke Seite. Außerdem hustet er furchtbar. Nefaira hingegen hat zwar mehr gelitten, aber jetzt geht es ihr viel besser. Man hat sie in einer Großfamilie verkauft, ihr den linken Unterarm genommen und sie als externen Antikörper benutzt. Sie... Hä? Was meinst du damit? fragte Theresa schaudernd. Naja, wenn irgendwer krank wurde, haben sie die Krankheit auf Nefaira übertragen und die musste sie dann auskurieren. Sie musste alles von Malaria bis Drachenpocken durchmachen und manchmal auch Schlimmeres. Zumindest hat sie aber nun ihren Arm zurück, auch wenn sie ihn kaum benutzt. Sie ist einfach nicht mehr an ihn gewöhnt. Aber Medir, mein, die Nachwirkungen werden sich über die Zeit abmildern, bei beiden. Wer ist mit dir? fragte Theresa weiter und langsam überwältigte sie die Flut an Neuigkeiten. Ähm, Rikas Lover, murmelte Tarsuin und wurde ein wenig rot. Wir wohnen jetzt bei ihm. Und? Was und? Wie ist es? Ach, anstrengend. Komm schon, drängte Theresa. Die ganze Zeit redest du wie ein Wasserfall und jetzt lässt du dir jedes Wort aus der Nase ziehen. Was soll ich denn sagen? murmelte Tarsuin. Ich mag mit dir. Er ist nett, hat mir das Leben gerettet und hatte dabei seine Hände tief in meinem Bauch. Sein Haus ist toll, seine Verwandtschaft okay und er liebt Rika wirklich, aber... Er schauderte. Was? Ich höre nachts zu viel, gestand er und wurde jetzt tief rot. Auch Theresa, die nur minimale Kenntnisse ihre Eigen nannte, spürte diese Verlegenheit, die durch Unkenntnis und Neugier entstand. Rika versucht jeden Abend zwei Stunden lang, mich mit echt hartem Selbstverteidigungstraining müde zu machen, damit ich als erster schlafen gehe, aber das funktioniert meist nicht. Hast du schon versucht, dir die Ohren zu verstopfen? fragte Theresa und lachte bemüht. Außerdem musst du sicher deinen Raum verlassen, um sie hören zu können, oder? Zufall kann es also nicht sein, wenn du was mitbekommst. Konnte ein Kopf platzen, wenn zu viel Blut in ihm gepumpt wurde? Theresa wusste es nicht, aber wenn Hase ihn so weitermachte, würde sie es bald herausfinden. Egal, meinte er nur, richtete sich von ihrem Bett auf. Eigentlich bin ich ja nur hier, um dir das zu geben. Ergriffen einen kleinen Plastikbeutel, der unter ihrem Bett gelegen hatte, und zog einen seltsamen bunten Gegenstand hervor. Schenk ich dir, sagte er lächelnd und reichte Theresa dieses komische Ding. Sie stellte sich als ziemlich schwer heraus. Was ist das? fragte sie verwundert. Winona hat mir gesagt, du hättest Muggelkunde gewählt. Ich dachte, dies könnte dir gefallen. Man nennt das Wasser-Bazooka. Und was macht man damit? Das, entgegnete er, hielt unvermittelt auch so ein Gerät in der Hand und ein eiskalter Wasserstrahl klatschte ihr ins Gesicht. Ach, ich sollte noch erwähnen, Samuel hat mit einem Zauber dafür gesorgt, dass das Wasser schön kalt bleibt und man viel seltener nachfüllen muss. Ein weiterer Schuss aus Wasser ließ Theresa quiekend unter der Bettdecke verschwinden. Dann versuchte sie sich zu wehren, nur kam aus ihrem Muggelgerät kein Wasser heraus. Das ist gemein, beschwerte sie sich brustend. Das funktioniert nicht. Muggelkunde Lektion 1 lachte er und schob einen Schieber hin und her. Dann zielte er wieder auf Theresa und drückte auf einen Knopf. Doch ab jetzt hat er dies nicht mehr ungestraft. Sie hatte begriffen und wenig später waren sie beide klitschnass und auch das Zimmer hatte einiges abbekommen. Es endete damit, dass Theresa ihn seine Wasser-Bazooka entwand und sie herzhaft lachend nebeneinander auf dem Teppich lagen. Ich wette, Opa Samuel liebt diese Wasserdinger, kecherte Theresa unbeherrscht und rang nach Luft. Ich hab ihn gestern erwischt, wie er Caitlin damit durch euren Garten gejagt hat, bestätigte Tarsuin genauso lachend. Trotzdem war das eben gemeint von dir, warf sie ihm gut gelaunt vor. Ich fand, du brauchst es mal ne Dusche, entgegnete er verschmitzt, und diese Ansicht ist meine Nase noch immer. Ach, du weißt wirklich, was ein schönes Mädchen hören will, murmelte sie, roch aber selbst den Schweiß der letzten Tage. Sein Lächeln verblasste ein wenig und ein wenig Unsicherheit schlich sich auf seine Züge. Ein schönes Mädchen hat für mich eine schöne Stimme, einen angenehmen Geruch und weiche Haut, flüsterte er. Zunächst wollte Theresa darauf schnippisch antworten, aber eine innere Stimme hielt sie zurück. Du hast aber mal gesagt, Rika würde schön aussehen, erinnerte sie ihn unsicher. Ich finde sie auch schön, aber wenn man von Rika und den Geistern absieht, kenne ich nur die Gesichter von Misharichan, Luna und Winona, und die finde ich auch schön, nur ich weiß gar nicht, was schön ist. Woher weißt du, wie Winona und Luna aussehen? fragte Theresa. Sie erinnerte sich, wie der Junge in seiner abwesenden Phase auf das verschlossene Ravenclaw-Mädchen reagiert hatte. Luna hat mir erlaubt, ihr Gesicht zu lesen, erklärte er verlegen, im ersten Jahr auf der Abschlussparty, wo ich noch dachte, es wäre mein letzter Tag in Hogwarts, und Winona gestern, nachdem Fenella und sie mir einen Schutzgeist beschworen haben. Überraschung, er sieht aus wie ein Einhorn. Eine lange Pause folgte. Warum hatte er niemals Theresa nach ihrer Erlaubnis gefragt? Möchtest du, begann sie, dürfte ich vielleicht, sagte Tarsin gleichzeitig. Beide verstummten sie wieder. Du zuerst. Tarsin war wieder rot geworden und sie selbst sah sicher nicht anders aus. Nun, ähm, Winona sagt, naja, du wärst sehr hübsch und da wollte ich, dachte, sie ergriff seine Hand und legte sie ganz vorsichtig auf ihr Gesicht. Es war ein seltsames Gefühl, wie seine Fingerspitzen über ihre Haut glitten. Wie eine Liebkosung, nur fühlte es sich ganz anders an. Angenehmer und irgendwie gefährlicher. Ein wenig zitterte sie. Erst als seine Hand an ihrem Hals die Abwärtsbewegung stoppte, wurde ihr bewusst, wie durchnässt ihr Pyjama war. Ein Junge, der hätte sehen können. Es war zwar nicht viel zu sehen, aber man konnte inzwischen schon bemerken, dass Teresas Körper sich veränderte. Ob Winona das Tarsin auch gesagt hatte, sie presste die Lippen aufeinander. Was, wenn sie ihm erlaubte zu sehen? Sie hatte recht häufig William, Alec oder Merton dabei ertappt, wie sie älteren Mädchen auf den Busen geschaut hatten. Immer hatte sie die Augen verdreht und sich mit Winona darüber lustig gemacht, aber jetzt war da dieser Moment. Tarsin zog seine Hand zurück. Danke, du bist wirklich, er schluckte schwer, ja, wunderschön. Dann verschwand langsam seine Verlegenheit und ein warmes Lächeln ergriff Besitz von seinem Gesicht. Was denkst du? Du dusch dich, ich mach was Leckeres zu essen und dann gehen wir mit dem Bazook aus deine Großeltern jagen. Klingt nach einem Vorschlag, meinte Teresa, stand auf und war froh, erstmal ein wenig Abstand von ihm zu gewinnen. Eine ausgiebige Dusche wusch dann sämtliche seltsamen Gefühle und schlechte Gedanken hinweg. Teresa wusste, zumindest die Gedanken würden wiederkommen, aber jetzt im Moment ließ sie das nicht zu. Trotz allem fühlte sie sich so gut wie seit vielen Tagen nicht mehr. Allein Tarsin nicht mehr wie ein Zombie durch die Gegend wandeln zu sehen, machte sie froh. Und dass er wieder als Koch agierte, machte die Sache noch besser. In der Küche erwartete Teresa als Vorspeise Schokolade, als Hauptspeise Dessert und als Nachspeise kleine, in Honig und Mandeln gewälzte Kuchen. Wie immer hatte der Junge sich jedoch nicht überwinden können, etwas Englisches zuzubereiten. Dafür wurde Teresa von Tiki stürmisch begrüßt, die heute jedoch auch ein wenig nervös wirkte und sich immer wieder aufmerksam umsah. Wenig später erfuhr Teresa auch warum. Kaum war alles geschirr aufgeräumt, ging Teresa und Tarsin auf die Jagd nach Opfern, was die kleine Mungo-Dame mit einschloss. Doch sobald sie auf Teresas Großeltern trafen, wurden Jäger auch zu Gejagten. Wasserbazukas trafen auf Zauberstäbe und letztere zeigten sich als deutlich überlegen. Mit den Muggelgeräten konnte man nicht einmal um die Ecke schießen. Der Familiensitz der Holtz war wenigstens recht groß und verwinkelt und man konnte auch gut verstecken. Trotzdem war Teresa begeistert, als mitten im Spiel Phileas auftauchte und aus Versehen von Samuel eingeweicht wurde, woraufhin sich ihr Pater auf die Seite der Kleinen schlug. Natürlich konnte man dies nicht ewig spielen und da es irgendwann langweilig wurde, spielten sie ein altes Brettspiel, das Teresa noch nicht kannte. Im Grunde war es ganz einfach. Auf einem großen Schachbrettartigen Spielfeld kroch ein kleiner Klibberschleim über die einzelnen Felder. Am Anfang besaß Teresa nur zwei Felder. Sobald der Schleim auf eines ihrer Felder kroch, musste man ihn mit einem Hammer blätten. Tat man das nicht und erwischte ihn auf seinem Feld, das einem gar nicht gehörte, sprang er einem ins Gesicht. Alles recht einfach, nur leider bekam man in jeder Runde immer mehr Felder überall auf dem Brett zufällig verteilt. Des Weiteren wurde auch der Schleim irgendwie klitschiger und gemeiner und wenn er einen zum fünften Mal erwischte, kroch er in den Nacken und man hatte verloren. Der Witz war, man bekam ihn erst los, wenn man die nächste Runde auch nicht verlor. Und das war überhaupt nicht einfach, denn dieses Kribbelding rutschte einem immer im unpasstensten Augenblick das obere Rückgrat entlang. Es wurde viel gelacht und in einem unvergesslichen Moment wickelte sich der Schleim um Filios Kopf und furzte ein Kinderlied. Tarsuin tat so, als würde er mit seinem Hammer versuchen, den Schleim zum Schweigen zu bringen. Viel zu früh musste der Junge nach Hause. Bleib doch noch, bat Teresa. Geht nicht, ich hab's Rika versprochen, sie besteht auf dem Training. Kann ich nicht mitkommen, mitmachen? Nein, lächelte er freudlos. Das Training ist anstrengend geworden und es tut mir leid, ein Anfänger würde nur stören und sich wahrscheinlich auch verletzen. Aber ich denke, du darfst nur Tai Chi Huan machen, fragte Teresa verwirrt. Nein, das hat sich geändert, schüttelte er den Kopf. Rika ist anscheinend jetzt der Ansicht, dass nicht die Welt vor mir, sondern ich vor der Welt beschützt werden muss. Und die einzige Sache, die sie glaubt, für meinen Schutz tun zu können, ist praktische Selbstverteidigung. Aber bringt das was gegen Zauberstäbe? Kommt drauf an, wie nah man dran ist, gab er zu. Aber ich werde Rika ganz bestimmt nicht darauf hinweisen. Zumindest lerne ich, mich zu ducken. Das solltest du auch mal versuchen. Du hast miese Reflexe für einen Hüter. Mit einem frechen Grinsen trat er in den Kamin und warf das Flohpulver. Katas Zuflucht, sagte er laut und deutlich und verschwand in grünen Flammen. Für einen Moment fühlte Teresa sich leer, doch dann wurde sie von ihren Großeltern und Filius wieder liebevoll im Beschlag genommen und ihre Liebe füllte Teresas Seele mit Wärme. Es war gut, nicht allein zu sein. Erst spät am Abend kehrte ein kleiner Teil der Dunkelheit zurück. Ihre Großeltern waren zu Bett gegangen und nur Teresa, die mehr als ausgeschlafen war, und Filius waren noch wach. Still ließ sie den kleinen Klipperschleim über ihre Hände kriechen. Es wäre schön gewesen, welches Spiele dein Vater noch entwickelt hätte, sagte Filius über die Stille hinweg. Teresa ließ den Schleim fallen, als hätte sie sich verbrannt. Dann fegte sie das Ding auch noch vom Tisch. Deine Großeltern machen anscheinend wieder dieselben Fehler wie damals, sprach ihr Pater ungerührt weiter. Sie denken, Zeit und Geduld würden dafür sorgen, dass du allein mit deiner Situation klarkommst. Ich komme damit auch alleine klar, entgegnete Teresa fest. Wenn du ehrlich zu dir selbst bist, dann weißt du, dass du jetzt nicht mehr hier sitzen würdest, wenn dies wahr wäre. Ja, richtig, aber jetzt solltest du ein wenig über deine Eltern erfahren. Ich weiß genug von meinem Vater. Nein, du denkst, du weißt genug über deinen Vater, aber nicht einmal deine Großeltern wissen genug. Sie sind Eltern, sie wollen nur das Gute in ihren Kindern sehen und dabei haben sie auch das Problem, dass ihre Kinder in einer sehr wichtigen Phase ihres Lebens nicht erleben. Wie meinst du das? fragte Teresa. Hogwarts. Es ist ein toller Ort, um erwachsen zu werden. Es ist der perfekte Ort, um zu lernen und um ein selbstständiger Mensch zu werden. Aber er trennt auch die Kinder von ihren Eltern und deren Einfluss, im Guten wie im Schlechten. Bei dir war es zum Guten und auch bei deinem Vater. Er war am Ende ein guter Mensch. Wie kannst du denken, dass er ein guter Mensch war, nach allem, was er getan hat? Weil ich deinen Vater kannte und das vielleicht besser als deine Großeltern. Sie kannten das Kind, ich den Heranwachsenden und deshalb weiß ich, er war kein schlechter Mensch. Er hat Riesen, auch Friedliche getötet, einem fremden Jungen Zauberkraft und Augenlicht nehmen lassen. Wer weiß, was er noch alles gemacht hat. Ach, Teresa, sollst du Filios. Man kann ein guter Mensch sein und doch alles im Leben falsch machen. Möchtest du vielleicht wissen, wie das sein kann? Teresa nickte still. Gut, gut, wo fange ich an, sagte Filios ernst. Am besten bei deiner Mutter. Wie du ja weißt, war sie schulisch nicht gerade die hellste, wobei dies fast nur die Unterrichtsfächer betraf. Was sie jedoch auszeichnete, war eine gewisse Schleuhe und vor allem eine Art, die sie zu einem sehr beliebten Mädchen machte. Sie konnte mit einem Lächeln fast jeden um den Finger wickeln und das tat sie auch ziemlich berechnend. Man musste sie einfach lieben oder man hasste sie von ganzem Herzen. Es gab Lehrer, die ihre Hausaufgaben besonders gründlich auf Abschreiben überprüften, denn wir wussten alle, dass sie die meisten der Klassenbesten dazu brachte, für sie zu arbeiten. Nachweisen konnten wir ihnen dies aber nur genau dreimal in den ganzen sieben Jahren. Ich habe dir ja schon von ihren Streichen und Anschlägen erzählt und wie viele davon schiefgingen. Was ich nicht so genau erwähnt habe, ist, wie harmlos all ihre Scherze waren. Nie tat sie etwas, was gefährliche Konsequenzen haben konnte. Ja, sie machte viele Fehler, aber neben kam jemand zu Schaden. Dein Vater war ihr ähnlich, aber gerade in diesem Punkt ganz anders. Auch er wollte niemanden schaden, aber er durchdachte seine Pläne niemals richtig. So sperrte er einen Hufflepuff Vertrauensschüler, der ihn zu Unrecht bestraft hatte, mit einem Verschlusszauber in eine Duschkabine ein und ließ das Wasser laufen, bis es die Kabine fast füllte. Danach, so war der Plan, sollte sich die Tür öffnen und den nackten Schüler auf den Gang spülen, sobald ein paar Mädchen vorbeikamen. So weit, so gut. Woran dein Vater nicht gedacht hatte, war, dass der Junge nicht schwimmen konnte und beinahe ertrank. Trotzdem gab er nie seinen Fehler zu und ich habe erst nach der Schule von Samantha erfahren, dass er es wirklich gewesen war und deshalb große Schuldgefühle gehabt hatte. Er hatte heimlich versucht, es wieder gut zu machen. Um ehrlich zu sein, als mir deine Mutter das nach ihrer Hochzeit erzählte, habe ich ihr das nicht geglaubt, aber inzwischen, muss ich sagen, es erklärte vieles, was danach geschah. Ich bin sicher, er gab sich die Schuld dafür, dass er zu Hause und in relativer Sicherheit Spiele entwickelte, während deine Mutter kämpfte und starb. Er wollte sicher Rache für ihren Tod, aber er wollte auch seine eingebildete Untätigkeit wieder gut machen. Anders kann ich mir seine tödliche Zielstrebigkeit nicht erklären. Doch gerade das war es wahrscheinlich auch, was dich erblinden ließ. Ich kann nur ahnen, wie er sich gefühlt haben muss, als ihm klar wurde, dass dies ohne Wenn und Aber sein Fehler war. Versuch zu verstehen, Theresa, du warst dein einziges Kind, das Einzige, was ihm wirklich von seiner Frau geblieben war. Es muss verführerisch gewesen sein, alles wieder gut machen zu können. Indem man jemand anderem das Augenlicht nimmt? Er hatte kein Recht, dies zu entscheiden, wüsste Theresa. Natürlich nicht, beeilte Filius, sich zu versichern. Aber er war ein gebrochener Mann, als seine Mutter starb. Einen geliebten Menschen auf diese Art zu verlieren, ich kann nicht sagen, was das in einem anrichtet. Ich habe es zum Glück niemals erlebt. Aber ich weiß, was für ein glücklicher und fröhlicher Mann er geworden war, als er mit deiner Mutter zusammenkam. Kannst du mir sagen, wie du ihn in Erinnerung hast? Theresa wollte nicht auf die Frage antworten. Ihre Erinnerungen waren vage, aber sie wusste, dass ihr Vater immer sehr liebevoll zu ihr gewesen war. Vielleicht sogar ein wenig überbesorgt. Was sich jedoch im Moment immer wieder an ihrem Kopf wiederholte, waren die Erinnerungen, die sie in der Nähe von Dementoren immer erleben musste. Sie konnte sich seit ihrem Besuch in Asgaban an viel mehr erinnern. Wie ihr Vater mit versteinertem Miene in ihr Zimmer gekommen war, wie er angefangen hatte zu weinen, wie sie versucht hatte, ihn zu trösten, weil sie glaubte, sie wäre schuld. Es war die schlimmste Erinnerung ihres Lebens, denn ihr Vater hatte nicht gesagt, sondern sie nur voller Schmerz angesehen. Sie wusste nicht, was an diesem Abend wirklich geschehen war und die einzige Person, die vielleicht die Wahrheit kannte, war ihre Stiefmutter. Bei dem Gedanken an Patricia und Divian fühlte sich Teresa seltsam zerrissen. Zum einen dachte sie wieder von ihr als Stiefmutter und zum anderen hasste sie die Frau jetzt richtig. Was passiert mit meiner Stiefmutter? fragte Teresa. Sie hat mich belogen, bedroht und sicher ist sie es gewesen, die das Ministerium bestohlen hat. Das mag alles richtig sein, entgegnete Phileas, nachdem er sie einen Augenblick nachdenklich angesehen hatte. Jedoch hat sie sich gut abgesichert. Als Aaron und Caitlin sie vor einer Woche zur Rede stellen wollten, waren Ministeriums Zauber anwesend. Unter sechs Augen hat Patricia dann gedroht, alle Verfehlungen deinem Vater und seiner Familie anzulasten, allgemein bekannt zu machen, was mit deinen Augen ist und sie könnte auch bezeugen, dass Tarsuin mit dem Mann weggegangen ist, der vor zwei Tagen tot an den Strand gespült worden ist. Aber das waren sicher die Dementoren, entfuhr Teresa entsetzt über die Kaltblütigkeit. Das wird wahrscheinlich auch so sein, widersprach Phileas nicht. Aber einer Leiche kann man nicht ansehen, ob man ihr zuvor die Seele ausgesaugt hatte oder ob ein Zauber sie ins Wasser stieß und ertränkte. Wenn niemand beweisen kann, was passiert ist, dann entscheiden Meinungen und es gibt sehr viele, die Tarsuins wildes Talent eher als Fluch sehen und ihm alles Schlechte zutrauen möchten. Patricia kann doch nicht einfach so davon kommen. Was ist mit den Leuten, die Tarsuin und Rika so geschadet haben? Die ganze Transfersache, was wollen wir dagegen tun? Was wir können, erklärte Phileas ernst. Die Frage für dich sollte aber eher lauten, wie groß soll dein Anteil sein? Ich verstehe nicht, sagte sie verwirrt. Theresa, was glaubst du, kannst du ohne Augenlicht bewegen? Du willst es Tarsuin zurückgeben, das ehrt dich, aber nützlicher bist du ihm und uns, wenn du sehen kannst. Völlig verblekt starrte Theresa ihren Partner an. Eine solch berechnende Meinung hätte sie niemals von ihm erwartet. Starr mich nicht so an, als wäre ich eine Giftnatter, lachte Phileas ein wenig gekünstelt. Ich kann auch kaum glauben, dass ich dir das eben gesagt habe, aber leider ist es die Wahrheit. Du fühlst dich, Tarsuin verpflichtet, doch wenn du blind bist, werden sich deine Möglichkeiten ihm zu helfen grundlegend ändern. Willst du damit sagen, ich wäre nutzlos? fragte Theresa verletzt. Nein, ich möchte einfach nur sagen, dass du dann von einer aktiven Rolle absehen musst. Tarsuin hat dir heute nicht erzählt, was in Azkaban genau mit ihm passiert ist, oder? Sie schüttelte den Kopf. Er wird es schon noch tun. Doch was du jetzt schon weißt, ist, dass dieser Poltergeist hinter ihm her ist, die Dementoren ihn fürchten und dass du anscheinend noch jemand aus Indien ist, der ihm schaden möchte. Tarsuin ist sich dem mehr bewusst, als er zeigt. Er würde dich nie in Gefahr bringen, wenn du hilflos bist. Erst jetzt begriff Theresa, dass Tarsuin vorhin dasselbe gesagt hatte, nur ein wenig indirekter. Darüber hatte sie gar nicht nachgedacht. Fehlte ihr auch der Sinn für Konsequenzen? Unwillkürlich dachte sie an ihren Traumtrank, mit dem sie die Ravenclaws damals hatte quälen wollen. Sie verdrängte die Erinnerung, Phileas hatte Recht. Tarsuin würde sie niemals mit in den Verbotenen Wald nehmen, wenn sie blind war. Selbst bei Erkundungstouren durch das Schloss wäre sie eher eine Behinderung. Wahrscheinlich würde sie Theresa ab und an trotzdem mitnehmen, aber sicher nicht, wenn es gefährlich werden konnte. Sie würde an der Hand gehen müssen, konnte niemandem helfen und würde im Weg stehen. Sie hatte den Jungen ein paar Mal hilflos erlebt und der Gedanke, auf der anderen Seite zu stehen, wurde plötzlich unangenehm real. Sie würden mich immer zurücklassen, meinte sie niedergeschlagen. Das bezweifle ich doch stark, widersprach Phileas zu ihrem Erstaunen. Uns macht eher Sorgen, dass Tarsuin dich trotzdem mitnehmen würde. Warum sollte er das tun? fragte sie. Weil er anders ist, wenn es um Entscheidungen geht, Theresa, erklärte ihr Pate ernst. Hast du dich nie gefragt, warum Rika ihm gestattet hat, damals die Geisterhütte ein zweites Mal zu besuchen? Ja, ich weiß davon. Theresa schritte den Kopf. Wenn Tarsuin sagt, es ist etwas, was er tun muss, dann glaubt Rika ihm das und das stellt es nie in Frage. Stattdessen hilft sie ihm. Umgekehrt ist es genauso und ich denke, er würde dich auch so behandeln. Egal, ob du blind bist oder nicht, wenn du ihm sagst, ich kenne das Risiko und ich gehe mit, dann wird er dich mitnehmen, denn er geht davon aus, dass du weißt, was du kannst und dich selbst am besten kennst. Ich vermute mal, das ist auch einer der Gründe, warum er seine Augen nicht zurück will. Nur so kann er dich und sich selbst vor einer solchen dummen Aktion bewahren. Aber die Augen gehören ihm, flüsterte Theresa niedergeschlagen. Er hat deinen Großeltern gesagt, er hätte sie dir schon vor einem Jahr geschenkt, sagte Philius und streichelte tröstend ihren Arm. Und dass er es nicht bereut. Tarsuin meinte, dass Muggel auch Nieren oder gar die Augennetzhaut anderen Muggeln spenden. Tarsuin ist jedoch nicht gefragt worden. Doch, Professor Dumbledore hat ihn vor einem Jahr gefragt. Vielleicht etwas zu spät. Professor Dumbledore hat ihn gefragt, platzte Theresa dazwischen. Ja, ich dachte, das hat Tarsuin dir erzählt, bevor sie den Rubin zu Rika brachten. Darum hat er sich irgendwie gedrückt, nuschelte sie zwischen zusammengebissenen Zellen. Aus seiner Sicht ist das wahrscheinlich unerheblich, Theresa. Entscheidend für ihn ist, dass er sich freiwillig dazu entschieden hat, als er die Wahl hatte. Hat er diese Entscheidung nie bereut? fragte Theresa und wusste, dass diese Frage eigentlich nur Tarsuin beantworten konnte. Sicher nicht, schlürte vieles überzeugt den Kopf. Zum einen, weil jeder Rubin nur drei Siegel lösen kann und vielleicht gerade das Siegel für seine Augen Rika das Leben rettete. Und zum anderen, Filius schaute einen Moment sinnend vor sich hin. Ein seltsamer Satz von Professor Dumbledore. Nachdem er mir von Tarsuins heimlichen Geschenk an dich erzählt hat, meinte er, vielleicht war es auch die Ironie zu leben, weil er blind war, die ihn diese Entscheidung treffen ließ. Weißt du, worauf er sich bezogen haben könnte? Theresa konnte nur den Kopf schütteln. Er erzählt mir nicht alles. Er erzählt dir mehr als den meisten anderen. Vieles lacht dir als ein echtes Lachen. Ich weiß nicht, ob ich dafür dich bemitleiden oder beneiden soll. Ich weiß es auch nicht, Onkel Filius, gab Theresa zu. Ich weiß es auch nicht. Sir Oliver Trink auch, es wird dein Leben verändern und dir die Tür zu völlig neuen Möglichkeiten öffnen. Niemand wird es mehr wagen, dich als gering zu erachten. Ein silberner Becher mit einer gleichfarbigen Flüssigkeit wurde zu Lippen geführt. Weit entfernt im fernen London begann ein Junge zu weinen und wusste nicht genau warum.